Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einer neuen Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist. Heute leider ein bisschen später. Es ging leider nicht anders, aber wir haben einiges wieder dabei. Deswegen würde ich sagen, wir starten komplett durch. Los geht's. Und der Anfang ist direkt die Lotus Freeway Bus MAN Lion City für den Lotus Simulator. Es gibt neue Informationen zur MAN Lion City Familie für Lotus, welche aktuell von Alpa gebaut wird und auf dem Grundmodell von V3D basiert. Aktuell sind die Busse MAN Lion City A20, A21, A37 und A40 im Bau. Nun wurde auch ein grober Release-Zeitraum für den MAN Lion City A21 und A37 bekannt gegeben. Die Haupt-Futures sind unter anderem offiziell von einem Lion City U-A20, ein Lion City mit liegendem Motor A21 mit stehendem Motor A37 und ein Lion City GL A40 sind jetzt aktuell angekündigt. Alle Solo-Varianten erscheinen als Zwei-Tür-Version, wobei der A21 und A37 später eine Dreitürer-Version bekommen werden. Den A21, A37 gibt es auch im Variant mit und ohne Klima, mit CMG-Tanks und Hybrid-Aufbau ohne Klima und mit Hybrid-Aufbau mit Klima. Alle Busse werden einen VDV-Dashboard haben, wobei die Solo-Zwei-Türer-Variante alternativ auch den MAN-Dashboard haben wird. Der A40 wird als Dreitürer-Variante per Update nachgeliefert. Alle Fahrzeuge bis auf den A20 haben drei verschiedene Türarten, Innenschwenktür, Außenschwenktür und Außenschwenkschiebetür. Der A20 hat nur Außenschwenktüren, alle Fahrzeuge haben drei verschiedene Spiegelarten und viele weitere Fahrzeugkonstellanten. Zukünftig werden die Plattform mit vielen weiteren Varianten erweitert werden, aber dazu später mehr, heißt es aktuell. So heißt es im Lotus-Forum auch, dass der Bus 90% des Soll-Ziels erreicht hat. Deshalb wird es in Richtung Ende 2020, Anfang 2021, wobei er der erste mit dem Release-Datum gehen wird. Weiter heißt es, da Lotus noch in Tools EA ist und somit nicht fertig ist, wird der Bus logischerweise als frühere Version erscheinen. Wobei alle wichtigen bereits zu Beginn funktionieren wird, alles andere wird dann Update für Update nachgereicht. Weitere Informationen zum Projekt erhaltet ihr im Lotus-Forum, Link ist in der Videobeschreibung. Auch gibt es wieder mal Neues von Tramsim, so aktuell in einem Facebook-Post. Heute haben wir mal ins Detail geschaut und zeigen euch, wie präzise die Gleisgeometrie bei Tramsim umgesetzt wurde. Sämtliche Betriebsobjekte sowie die weichen Modelle wurden exakt detailgetreu und vorbildgerecht nachempfunden. Aber überzeuge dich demnächst selbst beim Fahren der virtuelle Straßenbahn. Mehr Infos bekommst du unter www.tramsim.com. Der Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Übernehmen Sie das Steuer von leistungsstarken, berühmten Lokomotiven der ganzen Welt, treten Sie in den Führerstand und meistern Sie unter anderem die BR Class 68, DB BR 218 und EMD F7, um Fahrgäste und Güter an ihrem Bestimmungsort abzuliefern und gleichzeitig einen vollen Fahrplan mit Szenarien und Fahrdiensten aus der realen Welt zu bedienen. Drain Simulator 2021 verfügt außerdem über einen verbesserten Steam Workshop, der einfache Zugang zu tausend Strecken der Community ermöglicht. Was auch immer Sie an Zügen lieben, Drain Simulator befördert Ihre Hobbys auf die nächste Ebene. Unter anderem auch enthalten ist die deutsche Strecke Norddeutsche Bahn. Erleben Sie die 80 km lange Eisenbahnstrecke Lübeck im Herz Schleswig-Holsteins in einer der malerisch Gegenden Norddeutschlands. Steigen Sie an Bord von hart arbeitenden Zügen wie die DB BR 648 DMU und der Diesel-Lokomotive DB BR 218, die die Fahrgäste über atemberaubende Aussichten und durch das Herz von bewaldeten Ebenen führt. Das aktuell ist kostenlos geupdatet worden, wenn ihr den Train Simulator 2020 bereits hattet, denn wird Train Simulator 2021 komplett automatisch geupdatet. Solltet ihr aber die Strecken haben wollen, müsst ihr euch diese natürlich separat dazukaufen oder ihr kauft euch den Train Simulator 2021 einfach nochmal neu. Dazu gibt es natürlich bei uns auf GamesPlanet, unserem Partner-Link, einen Link unten in der Videobeschreibung. Dort drüber könnt ihr das Ganze dann für günstig kaufen oder wie gesagt die einzelnen Schrecken, die aktuell im Angebot sind. Es gab ein neues Update für OMSI 2 Busbetriebs- und Leitstellensimulator von PDP. Im September-Update gab es folgende Neuerungen. Im Leitstellensimulator haben wir jetzt die Version 3.1.0. Kontrolleure arbeiten jetzt um 20% schneller. Kontrolleure, die im Bus mitfahren, fahren jetzt mit, bis die Kontrolle abgeschlossen ist, nicht mehr nur bis zur nächsten Haltestelle. Kosten von Kontrolleuren um 10% gesenkt. Je länger die letzte Kontrolle her war, desto wahrscheinlicher ist es, dass neue Schwarzfahrer gefunden werden. Maximale Anzahl von Kontrolleuren sind jetzt auf 100 hochgesetzt worden und diversere kleine Fehlerbehebung. Im Busbetriebs-Simulator sind wir mittlerweile in der Version 3.0.8.1. Hier wurde unter anderem Folgendes verändert. Die Betriebswahlwertungen im Vergleich werden nun verständlicher dargestellt, um Missverständnisse vorzubeugen. Touren, die abgesagt wurden, können nicht mehr vom gleichen Spieler in einen anderen Betrieb angenommen werden. Kartenkonzessionen können jetzt wahlweise entweder für 31 Tage oder bis Ende des Monats verlängert werden. Gründe einer Leitstellenfahrt kann nicht mehr entfernt werden und diverse kleinere Fehlerbehebungen. Weitere Informationen zu den Updates erhaltet ihr im PDP-Forum und bei PDP auf Instagram. Ehemals Projekt Potsdam hat einen weiteren Mod veröffentlicht auf Omzi Webdisk. Und zwar die BVG, Corona Mod und Co. für den MAN-DL Reihe. Aktuelle Modpack Version 1.0. Inhalt der 1.0 sind unter anderem die angepassten Texturen, Stand 2020 inklusive Abnutzungstexturen, neuer Astabweiser, Funkgerät der BVG, neues mit Funktion versehtes E-Ticket-Kontrollsystem, Seitenschild an der Front, Corona-Schilder an Tür 1, 2 und 3, Corona-Scheibe an Fahrertür, Plastikplane ist noch in Arbeit. Auch eine Version ohne Scheiben, aber mit Absperrband und neue Fahrgast-Sounds. Was wird jetzt in der nächsten Version noch kommen? Unter anderem hier ein VDV-Verstellung, Texturverbesserung, neue Schalteranordnung und die Corona-Plastikplane. Das alles könnt ihr natürlich runterladen, beachtet aber, lest bitte die README-Datei, denn der ganze Umbau hat es noch ein bisschen in sich. Deswegen schaut euch das Ganze genau an und befolgt natürlich das Ganze, was in der README drinsteht. Der User-Cave baut aktuell an einem Solaris-Ubino der vierten Generation mit Elektromotor der BVG. Aktuell gibt es hier noch nicht viele Infos, ein Release-Theatrum und ob das Ganze Pay-Ware oder Freeware wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht bekannt. Sobald wir aber mehr wissen, erfahrt ihr es hier. Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Wenn möglich, werden wir auch demnächst vielleicht schon erstes Bildmaterial davon bekommen. Sobald das dann verfügbar ist, dann hier auf dem Kanal wieder vorbeischauen. Somit ist die Katze aus dem Sachs, die PlayStation 5, hat jetzt nun ein offizielles Release-Datum und der Preis für die beiden Konsolen ist ebenfalls bekannt. Nachdem ja Xbox vor einigen Wochen ja schon bereits gesagt hat, dass ihre Konsolen 299 kosten wird, ohne Laufwerk und 499 mit Laufwerk, hat man jetzt endlich sich dazu entschlossen, dass auch PlayStation ja jetzt endlich mal den Preis- und Release-Datum bekannt gibt. So erscheint die PlayStation 5 hier zu Lande am 18. November für einen Preis von 399 ohne Laufwerk und 499 mit Laufwerk. Somit könnt ihr euch jetzt selbst entscheiden, ob ihr eine digitale Version haben möchtet ohne Laufwerk, oder aber ihr sagt lieber, nö, ihr wollt gerne ein Blu-Ray-Laufwerk mit da drin haben, dann müsst ihr dort mal lockere 100 Euro nochmal dazu packen. Leider ist das Ganze jetzt nicht mehr vorbestellbar. Zum Release, also zur Ankündigung des Videos, was das Ganze kosten wird, hat man kurz danach den Vorverkauf gestartet und dieser ist jetzt bereits schon komplett vergriffen. Also solltet ihr jetzt Bock drauf haben auf eine Playstation, dann müsst ihr jetzt erstmal in die Röhre gucken, vielleicht ein bisschen abwarten, falls Amazon oder Co. vielleicht nochmal nachliefert. Oder aber ihr geht zum Händler euer Vertrauens und könnt euch dort vielleicht nochmal für eine Vorbestellung registrieren lassen. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht zu überwucherten Preisen bei Ebay und Co. euch eine Konsole kaufen solltet. Die Preise mittlerweile sind bei über 800 Euro für eine Konsole mit Laufwerk und das ist deutlich zu teuer. Playstation versichert hier zudem, dass das Ganze hier nicht so ein Desaster wird, wie zum Release der Playstation 4, dass man hier die Vorbestellung nicht halten kann und es zu Lieferengschwierigkeiten kommt. Dementsprechend müsste man hier natürlich nachrüsten. Man geht sogar davon aus, dass die Konsolen sogar ein bisschen zurückgesteckt werden, um Vorbestellungen in zeitnahen Abständen immer zu gewährleisten, um hier weitere Konsolen natürlich zu veröffentlichen. Aber am 18. ist das Ganze denn soweit und wir können uns entspannt mal gucken, was hier so die Playstation 5 so alles bieten wird. Und das war es dann auch schon wieder mit den ÖPNV News. Ja, man merkt halt wirklich, dass da hier aktuell so richtiges Loch drin ist. Aber wenn nichts ist, dann ist nichts, dann kann man hier dementsprechend ja auch nicht wirklich was ankündigen. Aber die Zeit steht gut. Wir nähern uns jetzt dem Weihnachtsgeschäft und ich denke mal, da wird es dann natürlich dann wieder ein bisschen mehr mit den News. Deswegen lassen wir uns hier ein bisschen überraschen, nutzen die Pause und spielen eigentlich mal diese Spiele durch, die wir hier aktuell ja noch alle rumzuliegen haben auf den Festplatten und warten natürlich gespannt auf das, was uns demnächst eventuell ja hier erwartet. Ich hoffe, euch haben die News gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche Sonntag, denn hier hoffentlich wieder. Bis denn. Tschüss! Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020